Das internationale Geschäft ist für Rapid nach dem Aus gegen Helsinki bereits Geschichte. Volle Konzentration also für Zocchi Parisic auf die Meisterschaft. Und da soll es gegen Krötig auch wieder ein Erfolgserlebnis geben. Wir steigen ein in die 14. Minute. Das ist Thomas Schraml. Erste gute Aktion der Hütteldorfer. Dann Louis Schaub zur Mitte. Beric mit der Möglichkeit Handel klärt. Und dann dieser Abschluss von Thomas Schraml. Und da schauen Sie plötzlich alle, was ist da passiert. Das 1 zu 0. Sehr zur Freude von Präsident Michael Kammer und Sportdirektor Andreas Müller natürlich. Ein Zaubertor des Linksverteidigers, der in diesem Spiel als Rechtsverteidiger aufgestellt war. Thomas Schraml mit diesem Abschluss. Keine Chance für Zizan Stankowitsch. Tolles Tor. Und nicht unverdient. Die Führung für Rapid zu diesem Zeitpunkt. Aber die Krötiger in Hälfte 1 durchaus mit Möglichkeiten. Immer wieder gab es Standardsituationen. So wie hier. Und dann kommt es da auch zum Abschluss. Minute 26. Das ist Husbeck mit der Reingabe. Dann der Fehler von Stangl. Und auf einmal Freibahn für Jone Cabrera. Der Innenverteidiger mit aufgerückt bei dieser Standardsituation. Beinahe mit dem Ausgleich. Noch einmal. Der Fehler von Stefan Stangl. Darf ihm natürlich nicht passieren. Aber Cabrera trifft dann das Tor nicht. Dann eine halbe Stunde vorbei. Weitschuss von Simon Handl. Probleme gab es da für Jan Nowotar. Und Husbeck dann im Nachschuss doch deutlich drüber. Aber nächste gute Offensivaktion. Der Salzburger. Stärkste Phase im Spiel. Für die Gäste in dieser Phase. Dann fünf Minuten vor der Pause. Noch einmal. Die Krötiger. Und dann Tomi. Mit dem Zuspiel. Auf Nutz. Der Ball ist im Tor. Aber der Treffer zählt nicht. Assistent Robert Steinacher. Sieht hier eine Abseitsposition. Aber wie hier zu sehen. Es war keine. Schraml. Der Torschütze zum 1 zu 0 hebt. Ein mögliches Abseits von Tomi auf. Also dieser Treffer hätte eigentlich zählen müssen. Besorgte Miene bei Sportdirektor Andreas Müller. Der wusste, mit dem 1 zu 0 war man noch nicht durch. Dann der zweite Durchgang. Die 58. Minute. Wieder rapid. Ganz gute Möglichkeit. Hofmann zunächst. Und dann Luis Schaub hat hier versucht mit dem Lupfer Zizan Stankovic zu überraschen. Das war die erste richtig gute Möglichkeit nach Wiederbeginn. Zwei Minuten später dann auf der anderen Seite. Krötig über Husbeck und Tomi. Da ist plötzlich viel Platz. Noch immer der Spanier. Retour auf Husbeck. Und der dann im Rutschen. Deutlich über das Tor von Jan Novotar. Da wäre auf alle Fälle mehr drinnen gewesen. Praktisch im Gegenzug dann rapid. Schnell abgespielter Freistoß von Vidra. Da in Richtung Schaub. Der dann raus auf Schraml. Und in der Mitte Steffen Hofmann mit dem 2 zu 0. Tolles Tor für ihn. Es war nämlich sein 350. Bundesligaspiel für Rapid. Und dabei macht er sein 89. Tor. Krönt seine Leistung mit dem vorentscheidenden Treffer. Schöneingeleitet auch von Schraml. Der damit einmal trifft und einmal zum Assistgeber wird. Auch hier viel Emotion auf der Tribüne bei Rapid. Wie in der Folge weitere Möglichkeiten für die Hütteldorfer. Denn das große Aufbäumen der Krötiger, das ist ausgeblieben. Schöne Einzelaktion hier von Philipp Schobesberger. Und dann Zizan Stankovic mit einer tollen Parade. Da waren 74 Minuten vorbei. Dann schon die Nachspielzeit. Noch einmal Rapid mit diesem Eckball über Schwab. Und dann der Zweikampf Tomi gegen Stangl. Und wie hier deutlich zu sehen, da war ein Handspiel mit dabei. Aber der Elfmeterpfiff ist ausgeblieben. Es war egal, denn Rapid holt sich die 3 Punkte ohne zu glänzen. Aber ein ganz wichtiger Sieg für die Hütteldorfer nach diesem verkorksten Saisonstart.